Hallo liebe Smart Homies und Lebenssteuerer, wenn ihr wissen möchtet, was ihr mit dem Fully Kiosk Browser in Home Assistant alles anstellen könnt, dann bleibt dran, denn das erfahrt ihr heute in diesem Video. Ja, vorab, wie man den Fully Kiosk Browser installiert und mit Home Assistant verbindet, darüber habe ich schon dieses Video hier gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann pausiert das Video am besten und schaut euch das andere erstmal an. Hier komme ich aber auch gleich zur heutigen Community-Frage, um euch als meine Community besser kennenzulernen. Wenn ich schon ein Video zu etwas wie jetzt hier zum Beispiel der Grundinstallation gemacht habe, möchtet ihr dann, dass ich es trotzdem in dem Folgevideo alles nochmal erkläre, damit alles auf einmal in einem Video wirklich erklärt ist? Oder ist es für euch okay, das Ganze in der Infobox euch aufzumachen und eben das andere Video zuerst anzuschauen? Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare Hashtag Komplett oder Hashtag Infobox. So, dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich habe hier den Fully Kiosk Browser in meiner Dex-Oberfläche offen, damit ich nicht irgendwie den Bildschirm vom Tablet aufnehmen muss. Aber es ist tatsächlich genau dasselbe, was ihr auf dem Tablet habt. Ihr zieht von links rein und dann habt ihr hier die Settings. Und zwei Settings könnt ihr tatsächlich nur direkt am Tablet machen. Das eine ist das ganz Wichtige, das sind die Remote Administration, das ist ja relativ weit unten. Apropos Plus Feature, habe ich im anderen Video schon erklärt. Dafür müsst ihr einmalig eine Lizenz kaufen für circa 10 Dollar. Aber nur damit ist es möglich, wirklich das Ding mit Home Assistant vernünftig zu verbinden. Und die Remote Administration könnt ihr hier eben aktivieren. Vergebt dann ein Remote Administration Passwort. Und dann habt ihr die Möglichkeit eben nicht mehr alle Sachen hier in den Einstellungen am Tablet machen zu müssen, sondern das könnt ihr dann auch Remote von einem Computer aus machen. Die zweite Einstellung, die nur komplett am Tablet zu machen ist, ist der Screen Saver, auch ein Plus Feature. Der Screen Saver, ihr gebt quasi hier eine Zeit ein, nach wie viel Sekunden idle, also wie viel Sekunden ohne Aktion, der Bildschirm schon aktiviert werden soll. Und ich möchte eben hier eine Playlist haben, die könnt ihr die Playlist selber, alle anderen Einstellungen könnt ihr dann auch wieder über den Computer machen. Aber die Playlist könnt ihr tatsächlich nur am Tablet selber machen. Und wenn ihr hier drauf geht, seht ihr schon, ihr könnt eine URL hinzufügen, wo jetzt irgendeine Webseite euch angezeigt wird, Wetter, Webseite, wie auch immer. Wenn das Ganze im idle Modus ist, ihr könnt hier einzelne Dateien hinzufügen. Ihr könnt ein komplettes Folder, also ein komplettes Verzeichnis auf eurem Tablet hinzufügen. Oder auch ein YouTube Video oder eine YouTube Playlist. Hier fände ich es natürlich schön, wenn ihr irgendein Video oder eine Playlist von mir reinsetzt, aber müsst ihr nicht ganz klar. Aber hier, wie gesagt, ihr könnt ein Video oder eine Playlist, zum Beispiel so ein Kaminfeuer oder irgendwas, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr hier natürlich auch verwenden. Und diese Einstellungen lassen sich eben nur direkt am Tablet machen. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir in die Remote-Administration rein, denn alles andere könnt ihr jetzt, also zumindest von den Features, die ich euch heute zeige. Ich habe heute die Features ausgewählt, die ich in Foren, Facebook, wie auch immer, am öftesten Fragen dazu sehe. Diese Features zeige ich euch heute eben, wenn ihr noch darüber hinausgehend weitere Fragen habt, weil ich werde euch nicht jede Einstellung zeigen können, die es hier gibt. Aber wenn ihr darüber hinaus noch Fragen haben solltet, schreibt sie gerne in die Kommentare. Eventuell mache ich dann noch einen dritten Teil zum Fully. Aber heute kommen eben die meistgefragten oder die Fragen, die ich generell immer wieder mal sehe, die erkläre ich euch heute. Und da sind wir im Ersten tatsächlich bei dem Web-Auto-Reload. Es wird immer wieder gefragt, wie kann ich es denn machen, dass wenn 30 Sekunden am Tablet nichts passiert und ich mich in einer Unterseite befinde oder sonst irgendwas. Die 30 Sekunden sind natürlich auch ein Beispiel. Also man ist in der Unterseite vom Dashboard und eine gewisse Zeit lang wird nichts mehr gemacht. Wie kann ich denn wieder auf die Hauptseite des Dashboards schwenken? Nachdem die Hauptseite des Dashboards in der Regel die Start-URL ist, haben wir hier eben die Möglichkeit, nach Idle oder auch wenn irgendeine Seite aufgerufen wird, die es gar nicht gibt, nach einer gewissen Sekundenanzahl zu sagen, okay, ich switche wieder zu meiner Start-URL, auch zum Beispiel, wenn der Bildschirm eingeschaltet wird, der Bildschirmschoner, den ich euch vorhin erklärt habe, ausgeschaltet wird. Oder wenn Netzwerk oder Internet weg waren und wieder kommen, da könnt ihr auch sagen, soll die Start-URL geladen werden. Dann könnt ihr gewisse Sachen wie den Cache, den Web-Storage-History-Cookies löschen lassen bei diesem Reload, dass hier eben der Speicher nicht voll läuft. Ihr könntet sagen, dass eben nicht die Start-URL, sondern die aktuell angezeigte Seite nach einer gewissen Zeit neu geladen werden soll, auch das geht. Und ihr könnt eben auch sagen, wenn schon die Start-URL offen ist, dann soll dieser Reload nicht gemacht werden, weil warum soll ich neu laden, wenn die Start-URL bereits offen ist. Das nächste Feature, was am Browser direkt einzustellen ist, ist der Kiosk-Mode, auf den ich heute auf jeden Fall eingehen möchte. Denn der Kiosk-Mode ist quasi, wenn ihr Familienmitglieder habt, die eben keine Administratoren, sondern nur reine Nutzer sind, könnt ihr diese Nutzer in Anführungsstrichen in dem Kiosk-Browser einschließen, dass sie da nicht drüber raus können, keine anderen Apps öffnen können und so weiter und so fort. Auch hier gibt es einige Möglichkeiten, ihr könnt eben den Kiosk-Mode einschalten, dann solltet ihr eine Geste vergeben, mit der ihr als Administrator ausbrechen könnt, dafür aber auch eine PIN eingeben, damit nicht jeder quasi mit dieser Geste raus kann, wenn er sie mal aus Versehen macht oder so, sondern dass noch eine PIN eingegeben werden muss. Dann, es gibt zwei Features, die tatsächlich bei Tablets Android 12 oder höher nicht gemacht werden können, nämlich das eine ist die Statusbar oben ausblenden und das andere ist den Power-Button zu deaktivieren, das geht nur bei Geräten früher Android 12. Alles andere wie Lautstärke-Buttons, Home-Button, Contact-Menü, andere Apps könnt ihr tatsächlich komplett sperren und sagen, darf nicht darauf zugegriffen werden. Ihr könnt natürlich dann auch Whitelists vergeben, wenn ihr sagt, ihr möchtet trotzdem irgendwie Netflix, YouTube, irgendwas freigeben, könnt ihr in die Whitelist eingeben. Und ihr könnt alle Arten von Benachrichtigungen, Telefonanrufen, Screenshots, könnt ihr hier alles deaktivieren, damit der normale Nutzer in Anführungsstrichen das eben nicht ausführen kann. Und das ist tatsächlich so, diese Kiosk-Mode-Einstellung, die ich jedem empfehlen würde, mal drüber nachzudenken. Und im letzten, was ich euch hier noch zeigen möchte, ist die Motion Detection, das ist auch ein sehr cooles Feature, denn hier könnt ihr sagen, wenn vor der Frontkamera Bewegung erkannt wird, soll irgendetwas passieren. Hierbei könnt ihr dann die Empfindlichkeit einstellen, die Framerate für diese Kamera, könnt die Kamera auswählen, falls ihr mehrere Frontkameras habt, wie auch immer. Aber Showcam Preview ist ganz cool für die Ersteinrichtung, um so ein bisschen zu gucken, wie muss ich das Tablet positionieren, gerade wenn ich die Gesichtserkennung verwenden möchte. Dafür ist ganz cool, diese Cam Preview mal einzuschalten, um zu gucken, wo muss ich denn das Tablet genau positionieren mit der Kamera, dass es mein Gesicht erkennt. Denn die Gesichtserkennung ist auch ein ziemlich cooles Feature. Hier könnt ihr dann eben sagen, dass nicht bei jeder Bewegung, also wenn ihr nur dran vorbeigeht oder sonst was, dass es dann nicht aktiviert wird, sondern wirklich, wenn ihr drauf schaut, dann soll es aktiviert werden, funktioniert auch wirklich gut tatsächlich. Die Einstellungen hierfür, wie auch wieder Empfindlichkeit und Trigger Motion only when Faces detected, also eine Bewegung wird nur erkannt, wenn ein Gesicht erkannt wird. Diese Einstellung könnt ihr hier eben machen. Auch ein Feature, was ihr hier einstellen könnt, dass wenn es zu dunkel wird, der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird, sprich nachts. Da könnt ihr auch einstellen, welche Helligkeit, da könnt ihr hier mit dem Prozent ein bisschen rumspielen, ganz klar. Eine Acoustic Motion Detection gibt es auch, also quasi eine Geräuscherkennung in dem Fall. Halte ich immer für nicht so sinnvoll, aber vielleicht möchte es der eine oder andere von euch natürlich auch verwenden. Und ihr habt die Möglichkeit dann eben festzulegen, was bei Bewegung passieren soll. Nämlich, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, sie ihn einschalten. Wenn der Bildschirmschoner, den wir vorhin aktiviert haben, aktiv ist, dass der ausgeschaltet wird. Wenn ihr ein Reload, wie vorhin gezeigt, aktiviert habt, auch das könnt ihr deaktivieren. Dass, wenn ihr euch zum Beispiel ein Wetter-Dashboard für länger als die vorhin gesagten 30 Sekunden anschaut, nicht zurück auf die Start-URL gesprungen wird. Also auch das könnt ihr sagen, wird deaktiviert, solange ein Gesicht erkannt wird. Und dann bin ich mit den Einstellungen am Tablet direkt, also in der App direkt durch. Aber natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Wie könnt ihr das Ganze in Home Assistant, in Automationen verwenden? Und hier zeige ich euch das Gerät mal in Home Assistant. Also generell den Media Player könnt ihr sowohl als Auslöser als auch bedienen. Dann habt ihr Bildschirm und Bildschirmschoner. Die könnt ihr hierüber ein- und ausschalten. Könnt aber auch, wenn sie vom Tablet eben eingeschaltet werden, das Ganze als Trigger für eine andere Automation nutzen. Zum Beispiel eben, um die Bewegungserkennung über einen Umweg nutzbar zu machen, könnt ihr hier sagen, bei der Bewegungserkennung wird ja der Bildschirmschoner ausgeschaltet. Also könnt ihr hier sagen, wenn der Bildschirmschoner ausgeschaltet wird, dann wird gleichzeitig ja eine Bewegung oder ein Gesicht erkannt und könnt dann noch andere Aktionen ausführen. Alles, was hier unter Konfiguration ist, sind tatsächlich One-Way-Tickets. Also die könnt ihr nur von Home Assistant an das Tablet schicken und könnt ihr nicht als Auslöser verwenden. Aber diese Diagnosedaten hier unten, die könnt ihr tatsächlich wieder verwenden. Also wenn eine bestimmte URL aufgerufen werden wird, soll etwas passieren. Wenn die Batterie niedriger oder höher ist, soll eventuell die Steckdose, an die das Tablet angeschlossen ist, ein- oder ausgesteckt werden. Bildschirmausrichtung fällt mir jetzt nichts wirklich Sinnvolles ein. Aber zum Beispiel Strom eingesteckt, nicht eingesteckt. Auch da könnte man Sachen machen wie Strom eingesteckt, Tablet an, Strom ausgesteckt, Bildschirm aus. Die ganzen Speichersachen und so. Klar, könnte man da jetzt sagen, okay, warn mich, wenn der Speicher voll ist, aber gut. Kiosk-Modus ist vielleicht noch ganz interessant als Auslöser. Also wenn der längere Zeit aus ist, dass ich daran erinnert werde, den wieder zu aktivieren oder sowas. Und das sind quasi die Sachen, die ihr verwenden könnt als Auslöser. Und in der Automation würdet ihr hier den Zustand eben nehmen und dann bei Entität eben euren Tablet-Namen und dann die jeweilige Entität, die ich euch hier eben gezeigt habe, dann als Auslöser hier eintragen. Und dann den Zustand, den gewünschten. So wählt ihr den Auslöser ein. Und bei Aktionen könnt ihr tatsächlich alles, was hier oben ist, also Lautstärke, Media Player, könnt ihr verwenden, den Bildschirm, den Bildschirmschoner und alles, was ihr hier schalten könnt. Und jetzt mal abgesehen vom Media Player, da habt ihr die typischen Media Player Aktionen, die ihr in Automationen ausführen könnt. Habt ihr hier so drei Typen. Also ihr könntet theoretisch bei der Aktion auch über Gerät gehen, hier das Tablet auswählen und habt dann hier die ganzen Aktionen drin. Allerdings empfehle ich Gerät als Aktion eigentlich immer nicht, denn das Problem bei Gerät ist, wenn ihr mal das Gerät aus irgendeinem Grund austauscht, weil es veraltet ist, wie auch immer. Entitätsnamen könnt ihr bei einem neuen Gerät genauso vergeben, wie sie beim alten Gerät waren. Den Gerätenamen, da er eine Unique-ID ist, könnt ihr nicht denselben vergeben, den ihr bei einem alten Gerät hattet. Von dem her müsstet ihr dann alle Automationen anfassen. Wenn ihr es eben über die Entitäten macht, müsst ihr das nicht. Deswegen als Aktionen eben, ihr habt hier drei Typen, Schalter, Taster und Zahlenwerte und diese drei Aktionen gibt es auch. Ihr könnt eben entweder Schalter ausschalten, einschalten, umschalten, ist ein Aktionstyp. Zeige ich euch auch mal kurz, wenn ihr hier dann eben bei Entität euren Tablet-Namen eingebt, dann könnt ihr hier eben auswählen und dann seht ihr auch nur die Schalter, die es hier gibt. Ein zweiter Aktionstyp, haben wir gerade gesagt, ist Zahl. Dafür nehmen wir den Nummer festlegen. Der ist der beste in dem Fall. Auch hier könnt ihr die Entitäten wieder auswählen und dann hier per Zahl einen festen Wert vergeben. Da empfehle ich euch vorher zu schauen, weil wir haben hier welche, die bis 255 gehen. Wir haben hier, der geht auch bis 255, Lautstärke geht von 0 bis 100%. Hier gibt es verschiedene Zahlenwerte. Schaut einmal nach, was es gibt und danach stellt ihr dann natürlich den Zahlenwert ein. Dann haben wir als drittes noch, das sind die Taster. Auch da können wir hier suchen, Taste drücken und auch hier sehen wir dann in den Entitäten alle Taster, die es gibt. Browser neu starten, Gerät neu starten. Start-URL laden ist so der, den ich am häufigsten tatsächlich verwende. Und das sind dann die Taster, die ihr eben in Automation verwenden könnt. Und das ist eine Möglichkeit, wo ihr eben so gut wie alles an diesem Tablet auch über Home Assistant steuern könnt. Ist richtig cool, könnt ihr richtig viel damit anfangen. Und dann bin ich dafür heute auch tatsächlich mit dem Thema schon durch. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, sehr gerne unten in den Kommentaren oder auch auf meinem Discord. Hier auch mal einen großen Dank an die große Community inzwischen auf meinem Discord, die auch anderen Nutzern hilft und inzwischen nicht nur fragend ist. Denn ich bin aktuell ein bisschen eingespannt, hatte auch einen kurzen Krankenhausaufenthalt. Alles nicht so wichtig, mir geht es gut. Aber das Problem ist, dass ich gerade sehr wenig Zeit habe, dort Fragen zu beantworten. Und da bin ich sehr froh, dass die Community inzwischen so groß und so toll ist, dass sich Fragen untereinander beantwortet werden. Hier einen großen, großen Dank an euch da draußen auf jeden Fall. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Like da. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, Discord oder unten in den Kommentaren. Wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, freue ich mich sowieso immer. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.